Das Rollbrett hier vor mir ist belastbar bis 120 kg, hat einen praktischen Tragegriff, daran kann ich es auch super in der Werkstatt aufhängen, hat sechs Rollen, alle drehbar gelagert, die sind auch so vom Kunststoff gewählt, dass sie perfekt über den Werkstattboden gleiten. Das Kopfende ist gepolstert, somit liegt man auch sehr angenehm. Zudem ist die Schulterpartie ausgeformt, somit stört mich kein Rahmen oder sowas und ich habe hier links und rechts dann noch zusätzliche Ablagefächer für mein Werkzeug beziehungsweise für Schrauben, Muttern und so weiter.